Hallo ihr Lieben, mein Name ist Melissa Kallei von Glow TV und ich bin hier gerade in Stuttgart auf der Glow Convention für euch. Und hier werden jetzt noch so die letzten Vorbereitungen getroffen, damit natürlich morgen alles schön glowt. Und wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr nämlich nichts. Unter anderem die neuesten Produkte von Essie zum Beispiel. Oder wir gucken, was Essence so Neues an den Start gebracht hat. Ich werde mich dann auch mal zu dem Maybelline-Stand begeben und gucken, was Boris Entrup da gerade so fabriziert. Natürlich ganz, ganz viele Beauty-Stars für euch. Unter anderem Stephanie Giesinger, Judith Williams, die ihre neuen Produkte vorstellen. Sami Slimani natürlich und seine Schwester Lamia auf der Bühne mit ihrer neuen Single. Und jetzt noch ein kleines Goodie für euch. Für alle Glow TV Zuschauer, ihr bekommt exklusive Produkte, die ihr zu ganz besonderen Preisen bekommt. Nur ihr, ja. Also auf jeden Fall reinschauen. Nichts verpassen. Und wir sehen uns morgen.